Wui! Hi! Ist doch auch scheiße, gehst zur Arbeit und dann landet auf einmal Kratos neben dir und BAM! Brich dir das Genick so. Ist halt nicht so geil, würde ich mal sagen. Gut. Warte. Das da unten sieht aus, als wenn man da hin kann. Will ich mal ausprobieren. Ah, ne. Okay. Nevermind. Da war ich. Da war man vielleicht schon mal. Oder so. Oder es ist einfach nur, weil es symmetrisch ist. Und auf der anderen Seite halt auch einer war. Und da kann man dann halt... Konnte man hin und da standen halt zwei Truhen. Ganz rechts außen, glaube ich, war das. Du-di-du-di-du-di-du. Du-di-di-di-du-di-du. Du-di-di-di-du-di-du. Du-di-di-du-di-du. Du-di-du-di-du-di-du. Nun. Ähm. Und sonst so? Langsam aber sicher sollte mal die Kamera hinterher kommen. Dankeschön. So. Weiter. Weiter. Und weiter. Der Tempel der Lachesis. Da waren wir ja schon. War ich da unten schon mal? Oder muss ich da jetzt hin? Nee, ich muss scheinbar nicht da hin, sonst wird nämlich dieser wunderschöne, äh... Geskriptete Kram mir das Ding nicht eröffnen. Oh Mensch, dein Speicherpunkt. I don't fucking care. Let's go. Ich sehe da irgendwelche Kackviecher, die rumfliegen, rumpimmeln und mir wahrscheinlich auf den Sack gehen wollen. Ah, Granaten. Richtig. Sowas gab es hier ja auch. So. Hier haben wir wieder eine. So. Na, kommt hier wieder welcher Gegner aus der Wand? Ähm... Jetzt springen wir mal hier rüber. Und schauen, was wir hier finden. Zwei Truhen. Fantastisch. Und... Auch das ist fantastisch. So. Dann haben wir auch noch eine Truhe. Boah, diese massive Massivigkeit an Massiveness ist natürlich fantastisch. Warum auch immer man da irgendwie klettern sollte. So. Müssten beide tot sein. Nein, da ist noch einer. Ich will episch rein... einsteigen hier. Okay. War episch genug. Frage ist... Wie schnell? Alles klar. Das ist zu schnell. Das heißt, wir müssen ja... Ah, da ist ein Toter. Der das blockiert. So. Oh, hier haben wir Truhen. Was für ein Zufall. Oh, nice. 655... Äh... 59.000. Boom. Okay. Dann müssen wir diesen wunderbaren Toten hier mal rausgrappeln. I guess. Nein. Da kann ich dann nochmal dran ziehen. Und dann geht er wieder hoch. Und dann kann ich ihn rausziehen oder so. Nö. Hallo. Hallo. Puh. Nun. War hier noch was? Ach, der hier. Okay. Äh... Okay. Ah, warte. Kann ich nur ziehen. Schade. Ähm... Dürfte man da unten durch wahrscheinlich schwimmen. Ja. Aber unten durch tauchen und dann... Äh... Ui. Platsch. Zum Glück sind wir Kratos und haben unendlichen Atem. Ah, ne. Äh... Da. Ne, welcher war das? Ne, X war das nicht. Ach, hier. R1. Boom. Einer Umblick. Erstmal wollen wir natürlich schauen, ob hier noch was ist. Nein, nein. Ist hier nicht. Dann können wir den Kram hier nämlich auch noch... Keine Ahnung. Ah. Abreißen. Sie haben das Mäuren-Amulett erhalten. N1 halten und R1 drücken, um mit dem Amulett die Zeit zu bremsen. Oh, das geht. Oh, das geht. Oh, okay. Oh, okay. Die Statue der Mäuren leuchtet, sobald sie in Reichweite sind. Ah. Die gelbe Anzeige zeigt an, wie viele Ladungen sie noch haben. Richtig. Nun gut. Ich glaube, das ist einfach unten durch und dann... Let's go! Und hoch. So. Ja, und das Ganze geht so Und dann können wir hier ganz entspannt Ups Hallo? Hä? Was war das denn gerade für eine Sitzung? Das war gerade echt komisch Den einen Sprung hat er Das eine Mal war ich nicht hoch genug gesprungen Das andere Mal war er erst gesprungen, als ich runtergefallen bin oder so Das war ganz komisch Da er irgendwie keinen Bock gehabt Ist auch irgendwie eine Scheiß Hä? Warum springt er denn dann nicht? Meine Fresse Ja, danke Der springt immer nicht Mein Gott Ihr seht ja, der springt erst Er ist erst gesprungen, als ich runtergerutscht bin Das war halt echt ein wenig doof Man kann halt, finde ich, auch mit dieser Dings Die Entfernung echt schwer abschätzen Mit diesem Mit dieser Farbgebung Ist halt wirklich nicht so hübsch Aber hey Okay Okay Höre gefallener Gott Niemand entgeht dem Urteil der Mäuren So ist es bestimmt Nur der Tod erwartet dich am Ziel deiner Reise Mein Tod stand am Anfang dieser Reise Die Mäuren halten keinen Sieg für dich bereit Deine Seele bin ich niemals frei Denn das ist dein Lohn Ich bin, was die Götter mich machten Ich bin, was die Götter mich machten BAM Alles klar Easy go Ups Yummy 700.000 Kommen wir hier hinten lang Nein I guess ich muss nochmal da hoch Deswegen leuchtet das noch Deswegen Damit man das halt nämlich nochmal machen kann Ich glaube nämlich, ich muss den Kram da vorne nochmal durchs Fenster hinten durchklicken oder so Genau So Hinab Ins kühle Nass Ach, die war nervig Ah, die Klambe Kann ich das noch benutzen? Ups Nee Jetzt kann ich es leider gerade nicht mehr benutzen Denn das Ding ist kaputt Ist halt echt ein bisschen tragic Aber hey So Haben wir hier noch was? Das sind ja immer die Das sind ja immer ganz Äh Die So die Standard Äh Dings Wo halt was ist Zusammen Auf die Kamera zulaufen Oder auch hinter irgendwelchen Ecken hier zum Beispiel Nein Ähm Das ist immer sehr Das ist sehr gern genommen Haben die Griechen wirklich so viele Riesengesichter gebaut? Ups Äh Okay Öffnen wir das hier Komm Wir haben Leben verloren Wann kommt denn hier das liebes Minispiel Mensch? Ich habe vergessen wann das war Ob das noch kommt Naja Das müsste ja eigentlich noch Gibt es glaube ich in jedem der Standardteile auf jeden Fall Und bei Chains of Loverse gibt es auch eins Ob bei Ghost of Sparta 1 existiert Weiß ich nicht Und ob bei Ascensions 1 ist Weiß ich auch nicht Die beiden habe ich noch nicht durchgespielt Ui Boom Vorhoffte Schicksals Na gut Hallo Mr. Mac Ogre Äh Nicht Ogre Äh Zyklop Au Okay Au Mensch Man merkt vielleicht Dass ich ein bisschen overpowered bin Dass mich halt sowas absolut nicht interessiert Dass ich auf den Sack kriege Aber ganz ehrlich Ich finde das Deutlich besser Overpowered zu sein Und halt Relativ einfach durchs Spiel zu kommen Als hier übelst abzuragen Was ich halt tun würde Weil ich halt einfach so bin Wenn ich halt Sowas Und ich wäre hier locker schon drauf gegangen Oder Ja drauf gegangen vielleicht nicht Aber Bam Okay Das hat leider jetzt nicht so viel gebracht So Was auch immer er tut So Alles klar So Ach Du bist noch da Mh Ausgeweidet Fantastisch I'm loving it So So Okay Okay Was war hier Ach warte Hier musste man glaube ich Das irgendwie zurückschleudern Dafür musste ich aber erstmal was bekommen Ich glaube ein Schild oder sowas Musste ich bekommen Oder auf der anderen Seite Was haben wir hier Nichts Hab ich hier was kaputt gemacht Nein Okay Ich dachte schon Der Hintergrund wäre irgendwas Was ich kaputt gemacht hätte So Ach nee Von hier komme ich Okay Dann Kann ich hier runterspringen Bitte Nein Danke Okay Ich dachte Ich wäre bei der Vorne Richtig Jetzt weiß ich wieder wie man das macht Hier Äh Hier gibt es nämlich diese wunderschönen Schilder Schilde Was weiß denn hier Ach warte Scheiße Ähm Alles klar So Dann Das ist ein sehr lustiges Äh Kleines Rätsel Was kann Wirkliches Rätsel Wobei doch Schon Ein bisschen Rätselig Jetzt muss er das nämlich Über die Dings rüber kicken Ich weiß gar nicht Ist er so weit gekommen Nein Ist er nicht Und den muss man jetzt hier hineinschieben Und der Reflected Jetzt auf das Auge zurück Und ungefähr das gleiche Muss man auf der anderen Seite machen Jedoch Gibt es ja keine Doch gibt es Sehe ich gerade Ähm Hm Ja Zu viel dazu Ich weiß aber gar nicht Ob das funktioniert Ah ja Tut es Oh boy wie sah das denn aus gerade Diese Rauchpartikel sahen fantastisch aus Okay Kratos sagt sich erst noch Jo So Okay Hinab Und weiter geht's Ähm Ich drücke mal Ich will eigentlich Das hier drücken Um einfach nur Zu sehen wie viel Leben ich Und so weiter ich noch hab Aber Nun ja Der Sumpf Der Vergessenen Oh Hier haben wir Äh Dynamische Reflexionen Wobei man hier auch sagen muss Hier wird nicht wirklich viel reflektiert Ne Bei Was wird denn alles reflektiert Der Die Skybox wird reflektiert Ich weiß nicht Ich weiß nicht ob Irgendwie Ich kann es halt nicht viel sehen Das ist das Ding Naja Tief im Turm verborgen Leben die Mäuern Sie entscheiden über die Schicksalsfäden Erlange Kontrolle über deinen Faden Dann gelangst du zu dem Moment zurück In dem Zeus Dich verriet Die Truhen Die Truhen Mensch Ah Es ist nicht Ich dachte aber ich muss selber Äh Links und rechts Am Am So Bei den Göttern Es ist wahr Ich habe die Wächter des Hades überwunden Bin den Flammen der Pein entronnen um mein Schicksal zu verändern Und für all meine Anstrengungen belohnen mich die Mäuren und schenken mir das Objekt meiner Rache Kratos Den Diener des Ares Erinnerst du dich an jenen Tag Spartaner Niemals vergesse ich diesen Tag Ja Sieht nicht so schick aus muss ich sagen Ich habe da auf jeden Fall Mein Tod sei jetzt ein bisschen Alles klar Okay Aua Er schießt mich ab Komm ja nicht zu nah ran Mein Freund Ich mach dich kaputt Alter So Nehmen wir die Klingen wieder hier Muss ich nämlich näher ran Aber Sag mal hier ey Bro Wobei wir können auch was anderes machen Wir können die mit seinem eigenen Hammer verkloppen Das können wir erst als ein Scheiß Pferd So Kann ich das auch Habe ich es nicht geschafft oder was Nein habe ich nicht geschafft Okay Dann machen wir es jetzt So Die Waffe gefällt mir halt echt nicht Muss ich sagen So Aua Yeah boy Alter Wir sterben hier noch ey Ich sehe es schon kommen Nicht Kann ich dich grappeln Ja Kann ich Fantastisch Ah Mein Gott Äh Gehen wir wieder auf die Waffe hier Weil die ist nämlich ziemlich stark Der war irgendwie Ach fuck Ich weiß nicht mehr genau Woher der kam Aber wir können den Auf jeden Fall Das weiß ich Ähm Wir haben den schon mal getötet Beziehungsweise Mh Das haben wir glaube ich Äh In den Abgrund gestürzt Ich glaube das Ich glaube wir haben ihn dreimal Äh Also das ist glaube ich das dritte Mal Dass wir ihn Auf dem Gewissen haben So Und Ich weiß halt nicht mehr genau Wann das erste Mal war Da hat er glaube ich sogar noch gelebt Okay Das weiß ich Falsche Fähigkeit Reicht aber Um Um Schaden zu machen So Wir nehmen wir erst mal Sein Hammer Weg Und Bam Falsch Ich hab Verdammt So Nochmal das ganze So Das ist ganz oft das schwierigste An den Bossfights Sie haben Den Babaren haben erhalten Den wir bereits besitzen Jetzt wird ja noch Ausgerüstet Ey Spassig Ja gut Wechseln wir wieder die Waffe Die Klinge ist halt einfach Viel nicer Zum einen vom Aussehen Zum anderen aber auch vom Kampfstil Ja Hammer sind halt einfach nicht so geil Das ist halt einfach das Ding Ich vermute mal dass heute Die Folge später kommen wird Weil ich Nämlich gerade erst aufnehme Für heute sozusagen Und Tempel der Eureale Eureale Eureka Hier sind sehr viele Skelette Werden hier aufstehen Who knows Do I know I don't know Ich weiß wirklich nicht Ob die hier aufstehen Hier vorne ist auf jeden Fall Was interessantes Zähl weiter Hier wurde irgendjemand Das Tor ist verschlossen Sie brauchen ein reales Schlüssel Alles klar Gut Ich würde sagen Bevor wir hier weiterkommen Und alles Gehe ich zum Speicherpunkt Speicher Und mach dann aus Denn Wir haben glaube ich Schon relativ lange Aufgenommen Ich kann aber Gucken Ich hab irgendwann Ich hab mir eine Stabuhr aufgedingstet Gestartet Na 1,43 ist okay Beziehungsweise etwas länger Aber ich hab Später angefangen Damit kann ich Auf jeden Fall Bei 30 Minuten Ja gut Muss ich gucken Speichern Jawohl Und dann Würde ich sagen War's das Für heute Mit God of Oz 2 Ich hoffe Mir das gefallen hat Ja einiges geschafft Noch mal ein bisschen Dings Und da vorne Geht's dann demnächst Also da in die Richtung Geht's dann beim nächsten Mal Wieder weiter Ähm Ja Ich schau Wie ihr das gefallen hat Und wir sehen uns dann Hoffentlich Bei der nächsten Aufnahme Wieder Bis dahin Und Tschau So